die welt der neuerscheinungen und ich bin dafür da diese zu testen viel spaß mit dem video und lasst doch gerne ein abo da einen wunderschönen meine sehnlosen fleischstückchen what the car what the car oder sowas heißt das game 9 euro der teddy sagt grad zu mir dann legt die räder ab und hier unten kann ich es ist klar ist das geben oh mein gott okay 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 all right ich krieg wieder ein fiebertraum schön dass sie wieder einschaltet meine damen und herren ich hoffe ihr seid auch bereit für die neue erscheinung der würfel ausgewürfelt hat das doch gerne ein abo da und gerne kommentar auch ein kommentar bringt sehr viel für den algorithmus ihr wisst bescheid es wäre so cool wenn das projekt hier wachsen würde wachsen wachsen würde und jetzt gehen wir weiter rein in was passiert denn hier bruder vorsichtig yeah oh sorry meine bären bring euch honig mit genug herumgealbert okay wir machen dich für die party fertig danke teddy zu lang spagetti beine total banane oh mein gott das ist ein spiel für die ganzen angeblichen witze erzähler in meinem chat live auf twitch hersehenlos findet ihr mich unter hersehenlos findet ihr mich bruder in deinem mund ne es ist einfach ein fucking pferd du ziehst ziemlich gerädert aus mach eine pause schade Du brauchst schon Freunde, wenn er Raketen hat. Oh, oh. Catch your friends. Catch your friends? Also entweder kriege ich wieder einen Fiebertraum hier nach. Also ich finde es irgendwie richtig geil. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Hub, wenn du Bären magst. Okay. Oh Mann, du bist spitze. Danke, Teddy. Okay, all right. Komm, mein Bär, wir schaffen das. Kurz gepfiffen wieder. Oh ja. Oh ja. Oh, ich fühl das. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Oha. Oh Gott. Hä? Tutorial abgeschlossen. Aha. Jetzt geht's also los. Bruder. Ist das geil. All right. Was jetzt? Okay, jetzt gebe ich auf Space Gas. Nimm diesen Aufzug. Sehr gerne. Episode 1. Episode 1 springen. 0 von 26. Ist das das erste Mal eine Neuerscheinung, die mir auch Spaß macht tatsächlich? Das ist heftig. Okay, verstehe. Ach so. Oh, oh. Fuck. Mhm. Car with jumps. Car with jumps. Oh mein Gott. Was passiert hier? Oh, fuck. Bin ich beim ersten Level? Jetzt habe ich jetzt nicht reingeschissen gerade, oder? Fuck, fuck, fuck. Yes. Easy. So, liebe Freunde, ich wollte dich da jetzt nicht hier irgendwie dazwischen greifen, aber ich habe eine Mission. War ja easy. First Ride. Nicht mal Gold. Ja, aber wir haben keine Zeit. Wir testen hier. Wir färfen wir es jetzt sehr gut. Enter. Level 2. First Ride, sag ich. Hä? Okay. Warum ist die eine Banane? Oh, das wäre so ein Tellerwäscher-Spiel, ist das, Alter. Obwohl der dann sagt, ja, ist total geil, ey. Oh ja. First Ride, sag ich. Ja, ich bin ein Naturtalent bei sowas, ne? Oder in sowas. Ja, Silber ist okay. Ich bin gerne ewiger Zweiter. Was ist das? Ah, Spieler erstellte Level. Ja, rein da. Hier ist ein Level, das von einem anderen Spieler erstellt wurde. Wann kann ich ein Level erstellen? Du kannst mehr Community-Level in allen Episoden finden. Das ist ja geil. Ach du Scheiße. Ich verstehe. Fuck, verstehe ich nicht? Nee, nee, nee. Ja, 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 hab ich auch so geschafft, weil ich gut bin. Oh ja. Oh ja. Oh, ich bin's auch. Fuck. Fuck. Ja. Ja. Hört sich an, als würde ich was anderes machen gerade, aber. Oh oh. Nein, das geht nicht gut, das geht nicht. Oh ja. Ich hab's drauf. Ich hab's drauf. Ich bin's einfach. Ja? Übelz geil. Oder auch nicht. Egal, wir haben's. Und das nächste Level, meine Damen und Herren. Enter. Ich lieb's. Das hat irgendwas von You don't know Jack, falls ihr das noch kennt. Boah. Das ist geil. Entschuldigung. Uh, Bunnyhop, Junge. Oh oh. Ah, das war knapp. Easy. Guckt uns an. Das ist der Wahnsinn. Gold. Hab ich euch mal verdient, Junge. Das war geil. Richtig geil. So, weiter geht's. Der Gold ist halt schon krass, ne? Also. Das schaffen manchen Valorant nicht mal auf Gold. Das ist schon traurig. Schäbt euch dafür. So. Dafür hab ich aber eine Rakete, die ich die ganze Zeit schon hab. Boah. Entschuldigung, ihr lieben Bären. Easy peasy Lemon squeezy. Oh ja. Gold. Man kennt mich. Der Obsthändler für alle Früchte, die eine bestimmte Form haben. Lass mich so stehen. Rein hier. Aha. Oh fuck. Oh Gott. Oh. Boah Junge, ein Naturtalent. So wie man ihn kennt. Wirklich. Boah ey. Muss Gold sein. Easy. Weiter geht's. Das ist wieder ein Community Level. Geh mal rein. Ja. Let's go. Hab's verstanden. Los. Ich möchte da jetzt rein, Bär. Jump into now, stay party. Wie, wie kacke war das denn? Oh fuck. Oh Gott, das wird richtig schlecht, glaube ich. Bin ein Profi. Und jetzt hier drauf, Junge. Nein. Jetzt hier drauf, Junge. Das ist gar nicht so einfach. Oh ja. Das wollte ich. Aha. Aber es reicht doch niemals bis da hinten hin. Das ist doch... Das ist doch eine Finte ist das. Stell dir vor, du hast Finte mit Nachnamen. Oh fuck. Oh oh. Problem. Nee, doch nicht. Hab's gerettet. So, jetzt aber. Oh ja. Safe. Kein Gold. Hey. Immerhin. Ich fand's gut. Vielen Dank für das Level erstellen. So. Und weiter geht's. Zum letzten Level wohl hier. Oder vorletzten. Machen wir auch easy. Okay. 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 Ja, genau so guck ich grad auch. Weil überall Gold Gold ist jetzt. Das Geist ist krank. Ich hab ne Karte gesammelt. Dafür ein Archivment bekommen. Sehr geil. So, ab zum letzten Mal. Rein da. Hä? Überall Gold, wie ihr seht. Easy. Ja, das ist ein Farbfehler bei dem Blauen. Ah, okay. Verstehe. Warte, ist auf oder nicht? Kann ich damit irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Wahrscheinlich hätten wir alles auf Gold holen müssen. Aber wie ihr seht, das ist noch ein bisschen fehlerhaft. Also gehen wir hier rein. Oh ja. Ohne Probleme geht er hier durch. Jojen K. Schnell wie der Blitz. Ganz schnell wie der Blitz. Obacht. Oh ja, wir haben ne Karte. Wir haben ne Karte. Sehr nice. Spring, Junge. Oh ja. Jünger spielst echt geil. Ja, Gold wie immer halt, ne? Wie immer, oder? What's the car? Und wieder ein Sammelalbum. Sehr geil. Gefällt mir gut. So. Wow. Wow. Next Level. Mind the gaps. Okay. Kein Problem. Okay. Kein Problem. Hä? Wo ist die Scheiße? Habe ich die jetzt aufgesammelt oder nicht? Fuck. Keine Ahnung. Werden wir gar nicht sehen. Rennen, Junge. Oh ja. Boah, wir haben es drauf. Ey, ist das so 360 noch? Ja, fast. Ja, easy Gold. Sehr nice. Ja, wir haben das Sammelding gekriegt. Perfekt. So soll es sein. Okay. Und rein. Was haben wir jetzt? Meine Fresse. Wie? Yeah. Oh. Puck, kack. Ich kann nicht springen. Ich will aber hoch. Oh. Gebt Gas, Junge. Wir haben keine Zeit für sowas. Oh ja. Oh ja. Mein Hotdog, ihr Penner. Ja, Gold. Digga, easy. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Es war bis jetzt das Highlight und übertrieben geiles Game. Also wer sich das gönnen möchte, ich glaube, für 9 Euro gerade, der sollte das tun. Das ist, glaube ich, echt auch ein schöner Streamtitel, den man, glaube ich, in seinem Stream spielen kann. Ja. Lass gerne noch ein Abo da. Folgt mir auf Instagram, Twitch, wo auch immer. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Euer Herr Seenlos. Dankeschön.